Die kostenfreie App Samsung TV Plus bietet dir Live- und On-Demand-Inhalte wie Nachrichten, Sport und Unterhaltung auf deinem Galaxy Smartphone. Samsung TV Plus ist das Richtige für dich, wenn du unterwegs oder ohne Smart TV Fernsehen möchtest. In der Regel findest du die App im Samsung Ordner. Lade sie dir andernfalls aus dem Galaxy Store oder dem Google Play Store herunter. Öffne die App und lies dir die Datenschutzhinweise und Nutzungsbedingungen durch. Tippe auf Weiter und bestätige die Privatsphäre und Benachrichtigungseinstellungen. Auf der Startseite findest du unter Live-TV Inhalte aus vielen Bereichen. Zum Beispiel Filme, News oder Dokus. Mit der Lupe kannst du den Live-TV-Bereich gezielt nach Stichwörtern und Kanälen durchsuchen. Tippst du unten auf Entdecken, zeigt dir die App beispielsweise Empfehlungen zu neuen Sendern und Inhalten sowie zahlreiche Kategorien an. Tippe auf das Weitere-Optionen-Symbol und dann auf Einstellungen. Hier kannst du dir die App nach deinen Wünschen anpassen. Du kannst zum Beispiel den Dark-Mode ausschalten, gezielt Kanäle ein- und ausblenden oder deine bevorzugten Kanäle bearbeiten. Viel Spaß beim Entdecken von Filmen und Sendungen live und auf Abruf. Ja,kelijk, ich bin bloß mit einer Art und einem Umbringung von Valde. Ich bin bloß mit ihm, der wir verbunden sind. Genau, ich bin bloß mit einem Umbringung von Valde. Hier gibt es ein Hospital-Plus-Version mit einem Neuropfen, Und da ist einigerer integraler, ist ein Faust-Plus-Version. Da ist ein Training-Zehauer.